Hallo, willkommen, ich mache jetzt so wie der Gameplay ist, Darkroft und ich mache jetzt mal gegen einen Leichten. Ich bin Tarana und der Gegner ist Terk, seit ich das vorher schon gegen eine Normale geschaut habe. Allerdings habe ich ja nur verteidigt, das habt ihr aber schnell ein Stück gesehen oder weinah, vielleicht auch nicht. Das habe ich nur verteidigt und dann mit Benjis den Gegner besiegt. Diesmal würde ich es aber ohne diese Taktik versuchen. Also, na, fangen wir mal an. Zum Glück dauert die Leidzeit jetzt anfangs nicht so schnell. Also, ja, was soll ich noch sagen, äh, also Tarana habe ich bis jetzt schon sehr oft gespielt, Serk nur einmal bis jetzt. Und Borodos spiele ich, wenn ich da auf Lust habe. Eigentlich wollte ich Borodos in diesem Level spielen, aber da habe ich gedacht, nee, da fühle ich mal mit dem Tarana wieder. Also, da fühle ich mich froh mit dem Volk. Mann, was renne. Ich will noch spielen. Ich will spielen. Vielleicht hol ich das den, den, den echten Gangster her. Oh, mein Mehrspieler, Mehrspieler zu gewähnen, verlichten sie alle Feindlichen. Alles schön. Was ist jetzt los? Wieso fange ich mal an? Anfangs lagst du bei mir ein bisschen, bis der Borodos durchnimmt. Ja, das tut so auch. Okay, dann baue ich mal ein paar WBS. WBS? Okay, mach ich mal bis zum, bis zum Limit. Dann baue ich noch mehr Waffen. Wie, glaube ich? Wespien, Gars und so. Du kennt ja alles. Wie die, die StarCraft spielen. Das wahrscheinlich viele sein werden. Also, in dieser Karte habe ich das allererste Mal StarCraft gespielt. Und das war, zufälligerweise, auch gegen den Leichten. Und da habe ich verloren. Und jetzt versuche ich es mal, nochmal. Also, ich glaube, das war vor einem Monat oder so. Ja, jetzt baue ich die Raffinerie. Und dann baue ich eine Cousine. Aber jetzt baue ich Maschinen-Doc. Ah ja, ich habe dann noch Raster reingemacht, damit das Zerbeulet ein bisschen leichter ist. Das baue ich gerade in einem Depot. Ich baue mich nicht voll. Okay, ich baue jetzt so schnell wie es geht, Truppen. Ohne Truppen ist man gerascht. Wenn man gerascht wird, dann ist das auch aus. Aber du baust erst mal, was baust du denn? Du baust ein zweites Versorgungs Depot. Ohne Truppen ist ein zweites Versorgungs Depot. Ohne Truppen ist ein zweites Versorgungs Depot. Ohne Truppen ist eine Raffinerie. Jetzt sieht es so bayerisch an. Äh, ich braue ich hier glaube ich. So jetzt braue ich, hm, Verteidigung, Bunker. Aha, aha, Overlords. Ich schicke da schon seine Overlords her. Dieser Wichse. Hm, Ghost Academy... Oh, die baue ich später. Jetzt baue ich Truppen. Was ist hier? Nur ein paar. Okay, die Mützen reichen fürs Erste. Ah, ich brauche keinen zweiten Bunker. Ich brauche nur sowas. Ich weiß, hier oben sind ein paar... Da habe ich Felsen hier, glaube ich. Ich kann noch ein bisschen... Naja, jetzt habe ich mir gerade gedacht... Ich dachte gerade, man kann... An den fliegenden Tieren beobachten, wo der Feind ist, aber das ist Quatsch. Okay... Ghost Academy... Und dann... Ah, die baue ich noch. Okay, jetzt brauche ich mehr... Lesbindas. Hallo? Oh Mann. Ach, komm! Hm, schon voll. Dann verressen, dass sie zwei... Dinger brauchen. Die Plätze. Da wird die Panzerung von den Gebäuden... Oh, egal. Da kriege ich noch ein Teil dafür gebraucht. Oh Mann. Hm... Einzel-Tarnung. Was soll ich mit einer Atombund mit... In das... ... zu machen? Hm... Was soll ich mit einer Atombund mit... ... in das... Hm... ... Ah, ich kann hier eigentlich senken. Oh Mann, habe ich 4-Holt. Wann gebe ich es nicht aus? Ich will in eine zweite Kaserne. Naja, Sensor drum brauche ich nur... ... sonst sieht er mich und greift mich an. Oh, ich bin für die Fabrik genau. Also ein Rush... ... kann der Gehirn nicht mehr machen... Ich glaube, der greift so in immer 8 Minuten nach Spielbeginn an. So müsste er jetzt gleich kommen. Scheiße. Nein. Rächer. Ach, Quatsch, was mach ich da? Ich wollte... Ach, kein... Och, komm. Scheiß drauf. Jetzt brauche ich hier einen Rächer. Ich habe mich abgehäten. Ich gebe euch jetzt Lektor. Ach, Spiel, Lektor nicht. Komm. Okay, ich muss mal speichern. Okay. Hm, das könnte jetzt ruhig sein. Oh, der ist jetzt hier drinnen, so verletzt sich das auch. Ja. Wo ist es? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Okay, und sie ist fertig. Ich hole noch ein paar Spacemagans. Und hier auch ein paar. Oh, wohl. Das sind Kindergarten. Ich spare für einen Ghost. Okay, dann brauche ich den jetzt. Brauche ich noch eine NUK-Rakete. Also, dann habe ich schon erforscht. Vielleicht soll ich ihn im zweiten Bunker bauen. Ja, mache ich vielleicht noch. Wollt ein extra WBS. Ups. Oh, ja, da kommt er schon. Ich bin vorbereitet. Also, leichter Gegner nach 10 Minuten. Fisser. Verstanden. Oh, ja. Äh, 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 tech-labor. Der Kampanius ist viel cooler. Da kann man einen Tech-Reaktor bauen. Da muss man halt nachdenken. Da muss man halt nachdenken. Hm, du bist ja rein. Während ich die Armee aufbaue. Aha, Overlord, hier wieder. Den hole ich runter. Also, von dem Himmelnetz, äh, ja, ihr wisst schon. Hier komme ich. Okay. Ah, wie scheiße. Ah, ja. Wo ist denn der Gegner? Naja, jetzt weißt du, wo ich bin. Jetzt kann ich schon einen Ding bauen. Sensor-Turm. Den bobe ich möglichst weit vorne. Hier scheint gut zu sein. Genau. Hm, obwohl. Ich schicke ihn mit einer Armee los. Weil eine Armee ohne Fahrzeuge ist... Keine Ahnung. Scheiße. Ich speichere wieder. Ich hoffe es ist, wenn du das Programm abstürzt. Das ist aber zum Glück noch nie passiert, aber man weiß ja nie. Raumhafen brauche ich jetzt auch noch. Ich schicke ihn mit der Spingas. Nicht genug, der Spingas. Deine Mutter. Deine Mutter gibt mir die Spingas. Das ist aber du musst. Ich schicke ihn mit der Spingas. Ich schicke ihn mit der Spingas. Was? Dieses Versorgungsgerät? Achso. Achso, die ProNet-Gerät. Ah, ich habe es. Deswegen sehen die so unterschiedlich aus. Ich habe es vergessen zu senken. Ich finde das sehr praktisch. das mit dem dieser Koffer praktisch auch er ja nein noch ein sehr ich bin noch eine die A auf Bremsen und auch hier Ah, also Anti-Airnet, ah ah, sondern eher doch, hehehe Jaja, verfickt, verfickt, verpisset euch ihr scheiß Hydralisten Hier wo ich dann online Ok, ich glaube die verbessere ich noch Ne, das dauert, aber ich greife jetzt mal an Ok, du hast mal den Gegner Das hier ist er bestimmt nicht, entweder ist er hier Hier, oder hier Ey, Quatsch Das ist ja eine Zweispiele-Map, also ist er wahrscheinlich hier Das hier ist ja nicht Enemy spored Nein, das ist weiter Ah, ich hätte noch ein paar Truppen da lassen sein Scheiß drauf Nicht genug, fes Pingas Das ist ja langsam, das ist, ich will, ich, das ist hundertprozentig ein Overlord Nur sie sind so langsam Ja, ein Overlord, sag ich ja Ich frage mich, wie oft ich schon okay gesagt hab Kannst du dir einen Kommentar reinschreiben, wenn du Lust hast Machen wir in die Hölle ein Was für ein Zufall Verstanden Okay Ja, und er sagt auch okay Was für ein Zufall Kinderspiel Ja, das ist schon sein Feind, naja Wir sind auch ein Wichser Und hier ist Basis Ah, kühlschwar Nach toutes Wischen Ja, rakete gestartet Das war leichter als ich dachte ... ... Ich habe mir gedacht, dass ich vor einem Monat noch verloren habe wegen so einem... Ich habe es nicht verloren. Ah, doch keines. Ach man, diese... ACH KOMM! Diese Schaben oder diese Zerglinge oder was sind die Fliecher? Ja, das gibt auf. Ich habe mich für ihn noch braun und komplett. Also, ihr wissen, dass ich Bonn habe, also dann Servus.